Musik Aber damals wie heute die teuersten Plätze hier, die ersten zehn Reihen hier vorne. Jetzt sitzen Sie auch mal dran, wo ich sonst so viel zahle. Aber 1867, die teuersten Plätze, auch noch oben, in der ersten Galerie, weil dort hat sich eben der Adel getroffen. Doch Sie halten die Äste vor, es ist geschehen. Das ist genauso. Doch die Angst lässt Sie zittern. Hervorragend! Wunderbar! Mein Gott, so begabt man noch nie ein Wald. Ach, Romeo und Junior! Wir haben hier wirklich die größten Klassiker, Schatz, vereint. Ich liebe dieses Stück. Ich war ja mal die noch nicht mal 14-jährige Julia. Damals war ich 28. Erich gab den Romeo, er war damals 53. Gut, das kannst du alleine machen, Schatz. Wissen Sie auch, ja, wissen Sie auch. Es gibt ja auch ein Ballett von Romeo und Julia, von Prokofiev. Und das werden wir jetzt sehen, von der Cinevox Junior Company mit Romeo und Julia. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. . . . . . . Premiersement mit Dray. . 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 Unterfahrt, verladen und langtig, herzange du vertragst du da. Lass dich schon auf den Föhrn, Vater, an dich, ich denke, es lehrt, was er langtig. Der Drei, der Flies gibt's mehr. Der Stadttheater, der Foscher-Fusse, Das Liebe mit uns sind Und statt die Arten, losch am Fuss Das Liebe mit uns sind